Zuerst grüßt euch, willkommen zu dieser Folge Crossfire Legion. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schnapp abonnieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, sagt hallo. Das alles kostet euch gar nichts und hilft mir irgendwann vielleicht beim Wachstum. Also, Crossfire Legion, Action. So, gegen zwei schwere. Uff, dann? Vielleicht ist es sogar ein schwerer und ausgeglichenes Spiel. Hätte, glaube ich, auch gereicht sogar, ne? Ja. Wir testen ja, wir, ja, ne? Wir testen ja. Oh Gott. Wir sind ja hier zum Experimentieren. Wir sind ja hier zum Experimentieren. Solange er auf euch geht, am Anfang ist er gern ein Problem. Lock schon wieder unten in der Mitte. Ja, immer feste die Dinge. Das ist nicht random. Man muss das random extra einstellen. Kann ich auch machen. Nee, das ist so. Also, ähm. Adam und ich tauschen uns gerade die ganze Zeit. Achso, achso, ja gut. Aber es ist dann, weil ihr in der Liste da oben unten seid, oder? Wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt mal auch tatsächlich davon ausgehen, dass es so ist. Gebäude ist fertig gebaut. Das kann ich gerade nicht tun. Also, ich muss schon wieder. Ich muss jedes Mal, wenn ich einmal das Spiel starte, wieder umstellen. Ja, dann rennen wir zurück. Jetzt hat. Jetzt kann ich nicht scrollen hier. Das kann ich gerade nicht tun. An die Arbeit. Das kann ich gerade nicht tun. Ich muss direkt expandieren, oder was, sagst du? Ob das ohne Schutz geht? Wieso ohne Schutz? Ja, ich schicke den allein los. Die Konstruktionsanleit. Na, es ist Gott. Soll ich dir meine rüberschicken? Nö. Ist schon. Blieg mal hin. Noch ist alles gut. Also, in den nächsten 10 Sekunden. Ich meine es besser auftauchen. Was sind denn eigentlich 100 kostet so ein Bulldog? Okay. Mehr baue ich eh nicht. Schalt ein, Verbesserung frei. Kamuflarschalter, dann ist schon ein Bulldog frei. Bulldog. Treibstoff bereit. Ah, das war blöd. Hauptquartier ist fertig gebaut. Kommt schon. 200. Zack. Ich will, dass wir Stufe 2 erreichen. Dann. Reiner. Treibstoff bereit. 100. Warte auf Befehle. So, einen habe ich jetzt als Verteidigung. Der macht das schon. Der ist best. Wie jetzt? Wird schon geschossen dabei. Oh, oben. Kommt schon. Bei dir. Wie du sofort arbeitest. Mit diesen Fähigkeiten. Was? Material sammeln einleiten. Muss. Bin da. Schutscheln. Mit Minderheit. Ich habe einen Menschen. Ich baue nur welche. Vielleicht kann ich da hinkommen. Keine Ahnung. Ja, die ziehen sich gerade schon wieder zurück. Bulldog einsatzbereit. Bulldog einsatzbereit. Bulldog einsatzbereit. Bulldog einsatzbereit. So, wenn ich den hier habe. Bulldog einsatzbereit. Nein. Bulldog einsatzbereit. Beginnt den Baum. Beginnt den Baum. Beginnt den Baum. Beginnt den Baum. Bulldog einsatzbereit. Das kann ich gerade nicht tun. An die Arbeit. Das kann ich gerade nicht tun. Das ist immer nett, so was zu hören. An die Arbeit. Wie schnell das Spiel noch läuft am Anfang. Ja, das kann ich gerade nicht tun, gell. Treibstoff bereit. So. 1, 2, 3, 4, 5. Gebäude fertig gebaut. Gebäude fertig gebaut. Beginnt den Baum. Ja, diese Schildanheiten am Anfang sind gar nicht so schlecht. Ja, wenn du sie gescheit hinkriegst, klar. Also, dass sie gleich die stehen. Wieso baut der das nicht mehr? Halle, ich habe doch hingeklatscht. Beginnt den Baum. Dort eine Werkstatt. Beginnt den Baum. Dort eine Werkstatt. Beginnt den Baum. An die Arbeit. Ich schau, ob es nicht ein Fehler ist, viel zu bauen hier. Guck nochmal. Hier kann man noch schicken. Material sammeln, einleiten. Ein, hier hin. Ich würde am liebsten hier Firme bauen. Panzerproduktion bereit. Es steht Material zur Verfügung. Panzerproduktion bereit. Flugplatz ist fertig. Es steht Material zur Verfügung. Startet eine Verbesserung. Ich würde noch so ein Scheiß hier. Noch so ein Scheiß. Jetzt möchte ich mich dazu entscheiden. Startet eine Verbesserung. Startet eine Verbesserung. Okay. Die brauche ich eh nicht. Startet eine Verbesserung. Startet eine Verbesserung. Okay. Jetzt bauen wir mal ein paar Tür mehr hier. C, A. Vielleicht sogar hier so her. Egal. Kommt die hier auch hin? Die bauen da Tür mehr überall hin. Nicht Angst, ob die kommen aus Ansicht. Irgendwie. Ist dann auch fast egal. Aber schwer weiß ich ja nicht. Es steht Material zur Verfügung. An die Arbeit. An die Arbeit. So. Und ich erst ein Luftdinger kommen. Das kann ich gerade nicht tun. Wachturm bereit. Startet eine Verbesserung. Wachturm bereit. An die Arbeit. An die Arbeit. Forschung beendet. An die Arbeit. An die Arbeit. Was kostet das? 200. An die Arbeit. An die Arbeit. An die Arbeit. Startet eine Verbesserung. Wachturm bereit. Warte auf Befehle. An die Arbeit. Warte auf Befehle. An die Action. Warte auf Befehle. Was brauchen wir bei euch? In der Mitte? Das hast du schon vereinigt. Ui. Aber sowas wie Atomraketen gibt es nicht, gell? Atomschlag oder so. Ähm, ne. Also direkt nein. Was ist der? Ich möchte das auch ganz ausbauen hier. Beginn den Baum. Beginn den Baum. Beginn den Baum. An die Arbeit hin. An die Arbeit hin. An die Arbeit hin. Beginn den Baum. Beginn den Baum. Gebäude fertig gebaut. Gebäude fertig gebaut. Gebäude fertig gebaut. Noch zwei oder was? C, F... Vielen Dank. Vielen Dank. Ich forsche einfach auf, wenn ich sie nicht unbedingt brauche. Ist das denn irgendwo Action? Ich würde mal eine Hades probieren wollen. Hier ist sie. Oh, da kommt sie ja wirklich. Ach, der Scheiß. Was geht's los hier? Das war ja, komm. So, der Regen rein da. Oh, die werden gefischt, meine Dinge. Oh, die gehen wieder zurück. Oder hast du angegriffen hier? Hast du nur verteidigt, oder hast du angegriffen? Ich gehe davon aus, er hat verteidigt. Die haben ihn angegriffen. Ja, ich dachte, er ist angegriffen. Deswegen, nee, nee. Das sah so aus. Strahlungs-Kanone. Okay. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Ganz verrücktes Zeug macht er hier. Aber interessant, dass er immer dasselbe in der Mitte aufbaut. Mit den zwei Kanonen und... Also exakt wirklich jedes Mal dasselbe. Ich weiß, dass er so programmiert war. Das kann ich gerade nicht tun. Du bist ja auch schon voll am attackieren, ne? Oh, ich hätte meine Einheit. So, letzte Verbesserung hier. Dann geht's... Dann kann man auch hier... Startet eine Verbesserung. Dann sind sie beide jetzt verloren eben. Aber ich glaube, wenn wir alle gleichzeitig angreifen hier... Ist auch nicht so schlimm. Habt ihr jetzt noch so starken Überlegen im Panzer wie vorher? Ja. Verpasst unseren Völkerns mehrfach-Rakete. Neues Ziel. Neues Ziel. Neues Ziel. Neues Ziel. Irgendwann spielen wir... Drei gegen zehn. Schwere KI. Neues Ziel. Neues Ziel. Neues Ziel. Neues Ziel. Neues Ziel. Einfach was über den Kopf. Jawohl. Und ich upgrade auf drei meine Flugzeuge. Das ist noch gar kein Upgrade hier. Noch eins. Ich habe alles auf drei, aber... Ich nutze halt nur die Flugzeuge. Wir sind schon besser hier. Mehrfach-Rakete und so. Doch, doch. Also, ich habe jetzt hier acht Stück und die machen eigentlich mehr als die anderen. Muss mal schauen. Gibt ja bestimmt irgendwelche Vor- und Nachteile bei dem Ganzen. Ja, wie würde die ausradieren hier? Krass. Sind die wirklich auf schwer? Ja. Also, wir könnten nachher noch mal schauen, aber... Ja, klar. Wird auf schwer eingestellt. Ja. Was? Sieht man das nicht irgendwo, welche Einheiten die da so haben? Wie gesagt, dass Chuck meint, dass die eh die starken Einheiten haben. Die haben komplett andere Einheiten, die wir noch nicht freischalten können. Zum Beispiel der Panzer, der jetzt hier quasi gerade rumgurpt. Ja, der mit dem Doppelläufigen. Das ist krass. Der ist heftig. Der holt mir einfach meine Linien-Einheiten noch kurz runter. Wie macht man der Marker, der gerne? Äh, Alt. Und dann, äh, linke Maustaste. Wenn du gedrückt hältst, dann kannst du dir den Marker aussuchen. Also, linke Maustaste. Dann kannst du den Marker aussuchen. Ah ja. Ich hatte mal die Key Bains durchgelesen und wieder vergessen. Vielleicht zum nächsten, oder? Ja, unten rechts, oder? Ja, theoretisch hier wär noch einer und hier oben wär noch einer. Ist hier unten rechts gar keiner? Achso, das ist ja, ach, das bist ja du. Ach, du bist der Depp da unten rechts. Dankeschön, irgendein Arsch. So ein Arsch ist in der Runde. Irgendein Depp ist da noch. Okay, huch. Gott sei Dank ist Friendly Fire aus. Ich sag's immer wieder. Wieso, ich verstehe gar nicht, warum jetzt? Wie bitte? Geh mal davor mit deinen Bodeneinheiten und mach die Flagge kaputt. Und dann komm ich. So. Okay, danke schön. Ich weiß gar nicht, ob ich welche brauche, aber ich baue ihn doch mal. Das kann ich gerade nicht tun. Das kann ich nicht mitbekommen. Neues Ziel. Mal die gleiche Taktik hier, der R mit dem Max. Und wir mit dem, mit dem, ich mit den Helis und du mit den Flugzeugen. Das ist eine schöne Kombi, wir halten den Luftraum frei. Er hält uns die ganzen Bodeneinheiten eigentlich weg. Die haben immer gezieltes Feuer und viel AOE. AOE, ja. Hä, leer? Es sind hier nur zwei. Wir müssen halt irgendwie oben sein. Vielleicht oben rechts und links. Ja, oben rechts. Ich dachte, dass zwei sich halt so krass aufbauen jetzt. Dachte ich, das hätte ich jetzt eigentlich auch tatsächlich gedacht. Wollen wir mal kurz luschen, was da ist? Nein, es ist Ziel. Geh mal vor. Mittelgrüße Feintruppe. Oh. Okay. Das ist okay. Ich helfe hier kurz mit. jetzt bist du das auf einmal hier jetzt hat er mit seinem, mit seinem dann kommt er zu, dann hat er also, sollte ich warten kaputt alles gut, alles gut, ich helfe hier ein bisschen in der mitte du bist ja auch beschäftigt in der mitte da ja, sie haben mich durchgepusht okay, danke für die verteidigung ich habe jetzt gerade voll ins wind gekriegt ein ding, ich dachte schon auf einmal da laufen einer vom gegner, weil mir ist dein einer da hä, was, wo bin ich jetzt hier ja, das passiert nur noch, wo ein Sound spielt ich sag doch, irgendeiner Depp ist ja da unten noch gar nicht mal so unrecht bist du gefischt oder was ne, da ist die eine Sam noch musst die abschießen da Sam? Luft, okay wo denn? ich war direkt neben dem Gebäude da oder bist du gar nicht oben rechts ich weiß nicht welche du meinst ich weiß nicht welche du meinst ach du bist da ja, da vorne waren auch noch zwei Helis von dir ich ne Ahnung wo du genau hinschaust ja stimmt immer, schon immer nur einer es könnten vielleicht mal drei gewesen sein aber ach so ne, es war neben dem ein Gebäude direkt war noch ein glaub ich ja doch aber du warst ja glaub ich mit dem mit dem Blick glaub ich hier oben das war da auch ne, ich war gerade tatsächlich eigentlich bei meiner unteren Base ach so, ja dann passt ich hab die einfach oben noch reingeschaut und hab gesagt mach mal ach so, nicht koordiniert das wäre geschafft guter Platz ich bin nicht nur gegen schwere Bots aber das ist schon komisch, dass es jetzt so anders war mhm, mhm hä? ich glaub die Settings bleiben so deswegen schau ich jetzt gleich nochmal ja doch, schwer so, damit kommen wir zum Ende dieser Folge Crossfire Legion falls ihr mehr davon sehen wollt schnaubonieren, abonnieren, kommentieren und liken schaut bei Twitch vorbei kloppt in Follow sagt Hallo das würde mich sehr freuen euch kostet das alles nichts und mir hilft es vielleicht irgendwann beim Wachstum also Crossfire Legion Ende Servas